Hallo und herzlich willkommen zurück zu H1Z1, ja, es war richtig. Meine Bodyguards heute sind die üblichen, der Bad in Trouble, der Abonaccio, der Valkyrie. Vielen Dank fürs einzelne Vorstellen. Bitte gerne, ich weiß doch, dass du das lieber hast. Und der Nordisch. Ich lass das jetzt. Ich tu einfach so, als wenn ich das gar nicht gehört hab jetzt. Den Eindruck hatte ich auch erst, als du erst gar nichts gesagt hattest. Oh, hi. Ja, ich weiß halt, was sich gehört. Also, was machen wir? Die Shelter einnehmen, haben wir mal eben kurz drüber gesprochen. Wäre unklug, weil wenn da jemand sich drin ausgeloggt hat, dann wird er sich da dann auch wieder einloggen, wenn es dann unsere Shelter ist. Und das ist, glaube ich, nicht so cool. Nein, nicht wirklich. Also ich denke, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, da unten direkt an der Brücke zu bauen. Nee, das ist wahnsinnig. Da kommen ja alle vorbei. Pass mal auf, ich will keine Touristen im Wohnzimmer haben, aber ich habe keinen Bock drauf. Ähm, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich stehe noch an der Kiste. Ich bin gerade Essen sammeln. Ich bin gerade Essen sammeln. Warte mal. Ja, okay. Warte mal stehen. Achso. Ja, okay, ist in Ordnung. Weitermachen, weitermachen. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitermachen. Mach jetzt an der Hütter. Ja. Xyra, hast du eigentlich eine Axt oder sowas? Ähm, ja, aber die ist fast kaputt. Okay, wer von euch hat denn keine? Ich habe so, nur so ein Handball habe ich, aber das reicht ja auch. Aber ich kann eh nichts anderes aufnehmen mehr, sonst so. Ja, deswegen wollte ich ja wissen, wer von euch keine Axt hat. Also ich habe keine, ich habe allerdings auch keinen Platz gerade. Okay, das heißt wir beide, wir machen dann gleich etwas anderes. Äh, du und ich? Nee, Bert und ich, weil wir beide keine Axt haben. Nee, ja, momentan kann ich den noch nicht mehr in die Hand nehmen, weil ich muss, äh, obwohl die, ich schmeiße die Machete einfach weg, das geht auch. Ja, ich sage... Boah, die Grafik ist gerade wunderschön, muss ich sagen. Ja. 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 Weil man auch die Lichtspiegelung über den See ist auch schick. Hm. Wir müssen auch mal eingebaut haben. Ja. So, was meint ihr? Was meint ihr hier? Wollt ihr hier bauen? Hm. Ja, dann genau. Ähm, ja. Ich kenne diese Gegend ja noch ein bisschen aus meinem Privatspiel. Ja, dann machen wir doch folgendes, würde ich jetzt mal so vorschlagen. Wir gehen jetzt einmal alle nochmal zur Kiste hoch und die drei, die Bäume fällen können und alles, die entleeren sich da oben mal und wir bleiben an der Kiste und warten, bis die unsere kleine Hütte hier fertig haben. Und dann können wir da nämlich Kisten und alles reinbauen. Wer ist das da? Ach so. Vorsicht, 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 Vorsicht. Wo? Wo? Hinter dir. Das bin ich. Da sehe ich nur ein Velcroi. Ich bin das Mensch. Hey, wer? Ach so. Ach so. Was? Paranoia Teil 2 oder wie? Hallo? Alter Schwede, Leute. Ihr macht mich fertig. Ja, ich sag ja, Paranoia Teil 2. Du weißt doch, Adi, für so ein blödes Gefühl das ist, wenn ihr vier vor mir steht und sagt, da ist wer, wer ist das, wer ist das? Und ich denke mir auch nicht, ich drehe mich auch schon um und gucke mal. Wieso, hinter mir ist doch keiner Scheiße. Die werden doch von ich nicht meinen. Ach, als wenn du einen Geklicker hörst. Klick, klick, klick. Oder können wir hier noch irgendwie eine Kiste frei jetzt hier mal zwischen diese beiden Bäume setzen, dann bleiben die einfach stehen. Für eine Kiste bräuchten wir Nägel und für... Ja, die habe ich in eine Kiste reingeschmissen. Das war, äh, schlecht. Ähm, was brauche ich für eine Axt? Was brauche ich für eine Axt, Leute? Zu viel... Äh, Scrap Metal und Holz. Scrap Metal kann ich aber nehmen. Also ich habe eins... Nee, habe ich nicht mal. Ich habe gar kein Metall. Also Sticks kommt zu... Nee, ein bisschen Scrap Metal habe ich. Aber ich muss ja erstmal Platz für Sticks schaffen. Weil ich werde schnell eine neue Axt brauchen. Zombie, Zombie, Zombie. Vier Metal Brackets bräuchten wir und, äh... Oh, der hat mich ja gerne. Ja. Ich suche gerade einen Bogen. Wo ist er denn? Ach da. Oh, das war der Baum. Das hört man mittlerweile auch. Äh, okay. So. Ähm, ja, dann... Lauf weg, ich kann nicht schießen sonst. Okay. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Kiste und entlernen. Wir werden uns ein bisschen damit Bäume fällen können. Ja, aber wir werden keine Kiste bauen können, ohne dass wir nicht eine große Loot-Tour machen, weil wir brauchen Scrap Metal. Nee, aber wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja da oben eine Kiste stehen. Und die... Und ich, wir schützen die Kiste, wir schützen unseren Lüt in der Zeit, wo ihr hier eine Shelter hinbaute. Und dann kommen wir runter und dann gucken wir, dass wir die ganze... dort eine Kiste reinkriegen. Aber auch für eine Shelter brauchen wir Metal Brackets und Nägel und dafür bräuchten wir Scrap Metal. Haben wir nicht, ne? Das ist aber ganz schlecht. Ähm... Kriegst du doch, ja, aus einem Scrap Metal kriegst du doch irgendwie ein paar Metal Brackets. Ich hab noch 100 Platz, reicht das für... Ja, für 4 Scrap Metal reicht das. Also 3 könnt ihr mir geben und wenn ich daraus das machen kann, was ihr braucht, dann ist gut. Okay, warte, ich schmeiß mal mein... Huch... Meine hier hin. Ähm, hallo... Achso. Ja, genau. So, ich schmeiß die Machete jetzt weg, weil die ist sowieso fast kaputt. Dann kann ich auch hier direkt Holz holen. Das wäre auch kein großes Problem. Oh, die hält ja auch nicht mehr lange. Okay, jetzt hab ich 3x Scrap Metal. Ne, das muss mehr sein. Ja, ich hab hier ganz viel. Hier, bei mir liegt ganz viel. Noch auf dem Boden. 6x mal liegt er. Ja. Oh ja. Ja, so viel kann ich aber nicht aufnehmen. Und jetzt bin ich nämlich voll. Ne, aber wann kannst du ja mal testweise umwandeln. So, und jetzt muss ich das Scrap Metal in das Discover ziehen, richtig? Genau. Und das machst du ein paar Mal. Und dann klickst du auf Discover und dann machst du das, wiederholst du den Vorgang, weil du entdeckst da meistens mehrere Sachen bei. Ja, ja, aber jetzt brauchen wir erstmal Metal Bucket. Wie viel denn? Also, ich kann es nur für einen Small Shack sagen. Das ist wahrscheinlich das Ding, was wir da eben oben auch gesehen haben auf dem Berg. Reicht uns ja auch erstmal. Genau, da bräuchten wir zwei Metal Brackets. Zwei Stück. Also, kannst du erstmal reichen. Okay. Und vier Nägel. Nägel kriegst du aus einem Metal Shard. Das hab ich nicht. Doch, dann musst du nochmal Scrap Metal reinziehen in das Cover und nochmal auf das Cover klicken. Dann müsstest du Metal Shard lernen. Also, ein Metal Sheet hab ich noch. Ne, Metal Shard. Müsste er damit lernen können aus Scrap Metal. Ähm. Ja, Metal Shard ein. Genau. Hab ich. Stell mal einen her und dann macht aus dem Metal Shard, sie nehmen mal in das Cover, dann müsstest du daraus Nägel herstellen können. Ich suche es gerade. Da haben wir es. Ach, der hat da gleich vier Stück gemacht. Ja, ja, der macht da vier Nägel. So, dann mehr brauchen wir nicht. Bring mal Zombies mit. Dann brauchen wir jetzt. Wo bist du? Hier oben. Nur noch vier Wood Flanks und die besorge ich jetzt mal eben. Du dachtest ja, vier Nägel brauche ich. Die mache ich gerade. Hm. Okay, habe ich. Das heißt, ich habe jetzt hier noch zwei Metal Brackett. Ich habe 16 Nägel. Ja, vier Nägel hätten gereicht. Ja, ich dachte, ich brauche einen Brackett für einen Nagel. War wohl nichts. Äh, nö, das hätte ich dir. Du hattest doch gesagt, vier Nägel. Also, deshalb sollte ich das verstanden. Eigentlich könnte ich hier oben schon mal Bäume fällen, oder nicht? Würde ich auch immer erst gucken. Ja, wenn du genug Platz hast. Fifi, du wirklich rauskriegst. Je nachdem, wie man das aufnehmen kann, das liegt ja näher einfach. Also, ich kann nichts aufnehmen jetzt mehr. Wir brauchen nur vier Wood Planks. Nee, ich auch nicht. Wir brauchen wir nicht. Nur vier Wood Planks für den Scheck. Ich habe, ähm, 40 habe ich noch Platz. Hack mal. Was heißt? Oder hackst du schon den Baum? Ich hack schon. Achso, man kann das nicht sehen, wenn du was hackst. Oh, Vorsicht, du kriegst Besuch, Zombie. Hau mal ab da. 50 habe ich noch Platz. Ich weiß immer nicht, ob ich... Ein vorbeigeschossen. Ich glaube, 100 brauchen keinen Lock, ne? Hau ihn. So, okay, warte mal. Ich kann Lock aufnehmen, glaube ich. Ja. Okay. Ein, weil man den wandle, ich schon mal eben um. Ah ne, Wood Plank kann man ja direkt so herstellen. Craft. Wie viel nehmen dir die Wood Planks jetzt genau weg? Äh, zwei Stück 50. Warte mal, ähm. Und wie viel brauche ich? Oh, ich habe ein Herzinfarkt gekriegt. Wie viel brauche ich für eine Kiste? Wood Log, ähm. Für eine Kiste? Hm. Moment, du brauchst für eine Kiste, ähm, Stowage-Container, sechs Stück, vier Metal-Brackets und vier Nägel. Aber ich dachte, wir wollten erst eine Unterkunft bauen. Damit wir da eine Kiste reinsetzen können. Die Sache ist, wenn ihr alle nichts mehr aufnehmen könnt, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, mal kurz hier eine Kiste hinzusetzen. Also, wenn. Die können wir dann gleich wieder leeren. Wenn du mir die, äh, ja, und dann müssen wir die Kiste in den Müll schmeißen. Ähm. Das ist doch wurscht. Nö, ist nicht wurscht. Also, viel Metall haben wir nicht. Nee, also. Kannst du, gibst mir, entweder gebe ich dir jetzt vier Wood Planks. Damit kann ich nichts, doch kann ich ja. 100, 100 Platz brauchst du für die? Legen, die müsste ich auch, wenn sie auf dem Boden liegen, mitarbeiten können. So, die Wood Planks, die ziehe ich mir ins Discover rein, richtig? Nö, brauchst. Ja, doch, die musst du. Eine Wood Plank musst du dir ins Discover ziehen. Eine Wood. Und dann die Nägel und die Metal-Brackets. Und dann kannst du ein Discover machen. Ich kann sie doch nicht vom Boden aus direkt da reinziehen. Ja, dann 25 Platz wirst du ja vielleicht noch irgendwo haben. Sonst legst du irgendwas anderes eben auf dem Boden. Das, ähm. So. So, dann einmal die Brackets, die Nägel und die Plank. Und dann müsstest du dann eine Small Shack herstellen können. Die Plank, die Brackets und die Nägel. Mhm. Discover. Dann müsstest du eine Small Shack kriegen. Hab ich. Und wenn du es nochmal machst, dann kriegst du dann auch den Storage Container. Die Kiste. Einen Moment, einen Moment. Ähm, wo ist sie denn? Ich würde es erst nochmal, zieh es erst nochmal rein und lerne nochmal, oder? Ne, ich hab sie an sie schon hergestellt. Ne, du sollst sie nicht herstellen, du sollst sie erstmal Discover machen. Oder hattest du das schon gelernt, alles? Ich hab das gerade eben dann gelernt. Und dann hab ich. Ja, und dann musst du es nochmal lernen, damit du auch die anderen Sachen herstellen kannst, die du mit dem Material herstellen kannst. Das ist schon richtig. Das hab ich jetzt schon verstanden. Nur, ich hab jetzt diese Small Shack hergestellt, aber ich hab sie hier nirgendwo drin. Ähm, hast du vielleicht einen Platz dafür? Ja, die liegt hier. Ich nehm sie mal auf. Hab sie gerade davon. Die lag ja auf dem Boden rum. Okay. Okay, wo wollen wir die hinsetzen? Ich würde mal sagen, hier unten in die Senke, ne? In die Senke? Also, ich weiß nicht, wo Bett jetzt dachte, aber ich würde sagen, so hier so. Und dann brauch ich nochmal Holz. Also so Planks, damit ich auch Kiste machen kann. Liegt da oben an dem Baum, den Nordisch gefällt hat. Da liegen noch welche. Ansonsten kann ich dir auch noch welche herstellen. Woodlock hab ich da. Okay, den kannst du ja umwandern, direkt in Woodplanks. So, Small Shack. Wie mach ich das? Place. Okay. Wo wollen wir die Treppe hin haben? Den Aufgang? Würde ich sagen, in die Wasserrichtung, ne? Ja. In die Wasserrichtung. Hm, ich kann keine Woodplanks herstellen. Ich hab nicht genug Platz. Dann schmeiß doch ein bisschen was kurz zur Seite, so schnell die spawnt das ja nicht. Da liegt noch ein Woodlock. So, okay. Oh, zwei Stück muss da liegen. Ja. Dann muss man halt mal kurz dann gleich ein bisschen hin und her räumen. Juhu! So, am besten gleich noch ne Tür craften. Ich bring jetzt erstmal die Woodlocks zur hier runter. Ich kann auch gar keine Tür. Ich weiß gar nicht, wie ich die herstelle. Aber ich stell nochmal Woodlocks her. Warte mal. Woodplanks her. Ich schmeiß die Lookworks hier mal direkt vor die Tür. Ja. Und jetzt hole ich die nächsten. Woodplanks und zwei Metal Bracket. Einen Woodplank halt mal bitte für mich bereit, dass ich da gleich lernen kann. Ich hab mir diesmal alles ausgedruckt. Ha! Du bist so klug. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ja, ist ja gut. Ja, gut. Ich wandle die Lok schon mal rum im Plank. Ja, da ist noch ein Woodlock. Jetzt, wo ich dazu komme, liegen da oben denn noch Loks? Weil ich schmeiß hier jetzt gerade mal mein sämtliches... Ich habe jetzt hier die beiden hingeschmissen. Achso, okay. Ich schmeiß hier nämlich gerade mal sämtliches Zeug kurz hin, damit ich das mal aufnehmen kann. Ähm, Bob-Bob. Jetzt warte ich kurz auf dem Woodplank, damit ich das andere lernen kann. Ja, wie viel hättest du ganz gerne? Ich packe dir ja erstmal zwei auf den Boden, so. Müsste die jetzt liegen. Ah, ja. So, die packe ich jetzt in... Hier ist nichts mehr. Das Scrap-Metal... Nee, das Scrap-Metal nicht. Die Nägel, hast du gesagt, packe ich da rein, ne? Ja, die Nägel und die Brackets. Du brauchst neue Brackets. Du willst eine Kiste herstellen. Sehe ich das richtig? Ähm, ja, Brackets müsste ich... Nee, habe ich auch nicht mehr, genau. So, Brackets stelle ich jetzt aus... Aus Scrap-Metal direkt her. Scrap-Metal, ja. Und immer nur eins erstmal herstellen, damit du siehst, wie viel du da rauskriegst. Ja. Also so materialtechnisch. So. In anderen Spielen achtet der immer sehr darauf, dass er da nicht verschwenderisch umgeht. Nägel, Brackets und Woodplanks drin. Genau. Und Discover. Mhm. Crafting. Ich habe gerade eine Pistel gefunden. Nicht, 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 nicht herstellen sofort. Du klickst jetzt so oft auf Discover, bis du nichts mehr entdeckst damit. Ach, ich muss noch mehr, okay. Es kann sein, dass da fünf, sechs Rezepte mal rauskommen. Okay. Also nicht erschreckend, da oben ist noch eine Shelter. Okay. Ein Barbed Wire kannst du nämlich zum Beispiel noch herstellen. Ach nee, das ist mit Metal Shard. Nö, ich habe jetzt alle Rezepte wohl irgendwie durch. Das waren aber nur zwei. So, jetzt eine Kiste, ne? Mhm. Ich glaube, jetzt Container. Ich denke, ich habe zwei aufgenommen. Genau, Storch Container. Da brauche ich erstmal, ähm, Woodplanks, sechs Stück. Sechs Stück? Warte mal, das blöd. Ich kann dir den Lock noch hinschmeißen, dann habe ich da... Ja. Ich kann dir vier Planks geben und mit dem Lock, den er da noch hat, äh, reicht, passt es dann auch. So. Ja, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich brauche auch... Dann gibst es mir. Also ich kann es aufnehmen. Das wäre kein Problem. Dann gib mir doch eben sonst die... Ich kann ja die Kiste auch herstellen. Kriegst du sofort. Ich mache hier die... Workhead nehme ich eben noch. Nordisch? Hast du noch, äh... Lichter. Wo, auch hier unten? Ja. Nägel. Ach, äh, da. Okay. Ja. Ich brauche noch einen. So, da hast du Nägel. Mhm. Da hast du Woodplanks. Und, äh, wo habe ich... Da hast du zwei Brackets mehr. Kann ich leider nicht machen. Ne, zwei Brackets reichen auch. Und da hast du noch mehr Woodplanks, bitteschön. Ne, das müsste schon reichen für ins Deutschkont. Container, glaube ich. Woodplank. Ach nee, wir brauchen vier Metal Brackets. Ja, ja, deswegen. Hast du noch... Ich habe auch kein Squirt Metal mehr. Squirt Metal habe ich hier noch hingeschmissen. Habe ich hier hingeschmissen. Okay. Äh, ein Squirt Metal. Das kann ich noch aufnehmen. Boah, Schwein gehabt. Okay. Ähm, ich würde schon mal ein Campfire herstellen, wenn ihr gerade nicht auf die Woodlocks angewiesen seid. Ja, mach das mal, um das Wasser mal abzukochen. Genau deswegen. Haben wir denn hier eine Tür hier schon drin? Ja, haben wir. Äh, haben wir schon? Sieht so aus. Okay. Moment, ich muss mal eben Kaffee wegschmeißen. Das stoße ich ja auf Widerstand. Ne, haben wir nicht. Das Deutschkontäne erkocht. Also, herstellen kann ich eine Tür. Nur haben habe ich sie nicht. Okay, ich habe die Kiste. Ich packe die mal ins Haus. Sehr gut. Xyra? Ja. Also, zur Seite gehen, weil ich wollte genau da vielleicht die Kiste hinsetzen. Machst du mal diesen Baum hier? Ja. Und machst du diesen Baum hier? Oder den hier? Das sind zwei von da. Aber Nacho, willst du jetzt eine Tür herstellen? Okay. Ja, wenn das Holz denn da ist. Kiste ist da. Okay, ähm, ich kann euch hier noch Woodlocks hinschmeißen. Oh, dann gib mich mal. Äh, huch. Oh, ich mache das jetzt wieder alles einzeln. Drei Stück habe ich dir da hingeschmissen. So. Oh, hier liegt auch eine Menge Dirty Water. Ja, ja, das nehme ich mal eben. Ja, sammeln. Achso, wollte ich auch gerade aufsammeln. Ja, oder so. Kannst du schon? Sammeln das, glaube ich, beide. Ach nee, wir haben keinen Tarpen mehr, ne? Hätte ich mal doch mitnehmen sollen, was? Ja, konnte ja keiner ahnen. Nee, das konnte keiner ahnen. Okay. Ich habe noch Taps, zwei Stück. Sehr schön. Dann gib mir mal eins bitte her. Ja, das ist gut, dass du das noch hast. Dann gib mal eins bitte her, weil dann kann ich nämlich gleich den Due Collector nochmal herstellen. Okay, jetzt beide mal. Äh, was? Jetzt, wo ist die Kiste? Wieso liegt denn hier ein plötzlichen Baum? Äh, weiß ich nicht. Komme ich nicht dran. Okay. Da guckst du. Wo liegen die Logs? Hast du die schon alle aufgenommen? Hier vorne liegt einer. Hier liegt noch einer. Hier vorne. Ah ja, okay. Gut, Log. Dann wandle ich die doch mal um. Kann man mit den Logs selber auch irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Nee. Ich muss kramslos werden. Crafting, wo du denkst, ich kann immer noch keine Tür machen. Eigentlich müsste ich den jetzt... Ich denke mal dazu brauchst du... Was hast du denn jetzt alles, Abo? Nee, ich... Die Tür, die habe ich ja. Ich muss... Moment, ich muss... Dirty Water packe ich jetzt auch. Ich muss erst mal Platz schaffen. Take Tarp. Soll ich das aufnehmen oder bist du am Arbeiten zu hören? Oder brauchst du Holz? Kann ich dir geben sonst? Nee, ich müsste den Due Collector jetzt eigentlich hergestellt haben. Der Tarp liegt da auf dem Boden. Zwei Taps. Ja, ähm... Da kannst du den nicht mit herstellen. Ich probiere nochmal. So, Due Collector. Ich brauche ein Sharp Tool, um... Ja, Due Collector. Ich konnte auch eben eine Wood Blank herstellen. Wieso brauche ich jetzt ein Sharp Tool und was ist das? So, Due Collector stelle ich immer rechts neben die Treppe, ne? Wenn man davor steht. Ach doch. Ähm, Velcro. Ja, was? Ja? Hm? Du bist jetzt für Wood Planks herstellen. Ja. Andersrum. So, was brauche ich denn noch für eine... Ach, zwei Nägel brauche ich dann noch und zwei Metal Brack jetzt von der Tür. Ich habe Wood Planks für dich. Ich habe sechs Stück in der Hand. Äh, also in der Tasche. Nee, so will ich das auch nicht. Soll ich die einfach mal hier hinschmeißen? Ja, wäre ganz gut. Wie viel hättest du denn gerne? Ähm... Ja, gib mal so zwei, drei, vier Stück. Da liegt auch noch ein Wood Lack. Und den habe ich gerade genommen und ich habe dir jetzt mal vier Wood Planks hingepackt und stelle nochmal zwei neue her. Ich brauche dann noch zwei Nägel und zwei Metal Brackets. Hast du das? Zwei Nägel habe ich. Also ich habe acht Nägel. Die kannst du auch alle nehmen. Die wiegen nämlich nichts. Und mit wie? Mit Steuerung. Und dann... Du hast aber nur einen Nagel rausgeschmissen. Achso, mit Shift. Mit Shift. Ja. So, jetzt sind die da alle. Scrap Metal... Metal Bracket, oder was sagtest du? Ja, zwei Stück. Kann ich die noch genau herstellen. Wenn ich sie jetzt gerade wiederfinde. Ich habe sie doch gerade hergestellt. Ach da. Da ist einer. Oder kriegt man nur einen aus dem Scrap Metal? Aus einem Scrap Metal nur, habe ich gesehen, noch einen. Achso, okay. Dann kann ich dir noch einen zweiten herstellen. Dirty Water schmeiße ich mir mit... Jetzt habe ich auch kein Metall mehr. Das war's. Ja. So, dann mache ich uns jetzt eine Tür. Ja, das wäre super. So, und wie kriege ich die Tür? Muss ich die jetzt in die Hand nehmen, die Tür? Du machst einen rechten Mausklick auf die Tür und sagst Place wahrscheinlich. Ah, okay. Und dann kannst du die mit dem Mausrad, kannst du die nach links und rechts drehen oder so. Also, ob es bei Türen geht, weiß ich nicht, aber so bei anderen Sachen geht das. Jetzt ist eine Tür auf jeden Fall drin. Das ist doch perfekt. So, Passwort setzen wir gleich nach der Aufnahme dann. Ja. Ja. Die auch so vorbei ist. Was ist so? Och, so schmier ich schon. Oh, Mensch. Ja. Dämme alle rein in die gute Hütte. Dämme alle rein, genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Wir haben auch schon Feuer. Das ist ja geil. Da können wir ja gleich Flaschen ankommen. Ja, ha. Okay. Die Flaschen sind da auch schon drin. Warte, ne, packe ich da noch. Es ist eng. Packe ich da noch mehr rein. Das macht nichts. Das ist Kuschelromantik. So kann man das auch nennen. Genau. Passt doch. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal alle ganz, ganz lieb. Ganz, ganz lieb. Tschüss. Jo, ganz lieb. Tschüss. Jo, ciao. Tschüss, tschüss.